Der innere Schweinehund. Es gibt kaum jemanden, der das nicht kennt. Die Frage ist, was wäre, wenn der innere Schweinehund auf deiner Seite wäre und dich unterstützen würde? Ist hier nochmal der Gedanke gekommen? Es ist ja irgendwas, was du die ganze Zeit mit dir herumträgst, richtig? Es ist ja nicht irgendjemand, der zu dir kommt und sagt, nein, bleib noch länger im Bett. Nee, ruft die Kunden nicht an. Nein, mach das nicht. Sondern das bist du. Aber wenn du es bist, es ist ja kein Kampf, wenn ich meine Hand hier ausstrecken will, dann strecke ich es aus. Da ist der innere Schweinehund entweder nicht dabei oder diskutiert nicht mit mir darüber. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, wo ich mich selber teile. Ein Teil von mir ist der innere Schweinehund und ein Teil von mir ist, wie auch immer du es nennen willst. Wenn ich es schaffen könnte, diese beiden zu vereinen, sodass sie ein gemeinsames Ziel haben, dann hätte ich doppelt so viel Kraft. Und ich würde weniger kämpfen. Es ist interessant, wenn du dann halt morgens aufstehen willst, dass ein Teil von dir mit dir diskutiert. Warum diese Spaltung? Wie kommt es, dass jemand sich von sich selber trennt oder sich teilt und dann halt das verwendet gegen sich selbst? Es ist ja praktisch so, als würde ich meine Hände die ganze Zeit gegeneinander drücken. Das kostet mir nicht nur sehr viel Kraft, das hält mich auch davon ab, die Sachen zu machen, die ich machen will. Ich habe mich geteilt und ich kämpfe die ganze Zeit gegen mich selbst. Es ist anstrengend. Es ist sehr aufwendig. Und mit der Zeit bekomme ich sogar diese Einstellung und diese feste Überzeugung, dass der innere Schweinehund eine eigene Existenz hat. Unerschütterlich. Und der ist stärker als ich. Das heißt, es ist nicht mal so in der Mitte halbiert. Ich habe praktisch so etwas wie 60% oder 51% mindestens von mir eine eigene Identität gegeben, der gegen mich arbeitet. Wenn ich das auf meiner Seite bringen könnte, dann habe ich erstens diese Kämpfe nicht mehr und ich bin mindestens doppelt so stark. Ich kann meine Ziele einfach gerade durchsetzen. Ich bin mir sicher, du hattest irgendwie halt auch solche Zeiten gehabt. Als du jünger warst vielleicht oder in Momenten, wo du dann diese Gedanken nicht hast im Urlaub oder so manchmal, dann denkst du, okay, wir gehen dir jetzt das Ding angucken. Manchmal bist du mit einem bestimmten Freund unterwegs und sagst, wollen wir da hingucken? Allein schon, dass die Freunde in der Nähe sind, sagst du, okay, machen wir. Und da ist der innere Schweinehund auf einmal entweder nicht da oder auf deiner Seite. Was auch irgendwie sehr stark damit verbunden sind, sind Schuldgefühle. Du denkst dir, okay, der innere Schweinehund hat wieder gewonnen. Und du spürst einfach diese Schuldgefühle, dass du sagst, okay, scheiße. Du hast gewisser Art das Vertrauen in dir selber verloren. Kann ich mir selber vertrauen? Was ist, wenn der innere Schweinehund in mir gewinnt? Und ich kann das doch nicht machen. Du kannst keinem eine Garantie aussprechen und sagen, okay, ich bring dich durch. Ich muss erst mal den inneren Schweinehund fragen, ob er mir das erlaubt. Die Tatsache, dass du nicht diesen inneren Schweinehund stoppen kannst, zeigt, dass du in einer Wirkungsposition dazu bist. Der ist stärker als du. Das heißt, alleine kannst du es auch nicht besiegen. Das ist der Grund, warum ich das immer in Therapiesitzungen oder halt in Coaching-Sitzungen das mache. Ich weiß, wenn du jetzt Therapie hörst, das ist ja schon eine Überwindung, wo dann der innere Schweinehund schon was dagegen haben wird. Es geht aber halt darum tatsächlich, also ich bin auch ein Freund. Also, was ich alleine machen kann, würde ich lieber selber alleine machen. Aber es gibt Bereiche, wo ich dann denke, okay, hier, da ist irgendwas, da ist stärker als ich. Und wenn ich dann einfach Freunde finden kann, denen ich vertrauen kann, dann würden wir das vielleicht zu zweit schneller, besser oder einfacher packen. Und was ist denn, wenn ich diesen inneren Schweinehund auf meine Seite packen kann, mithilfe von einem Freund? Dieser Gedanke ist nicht nur verlockend, es ist auch nicht irgendwie abstrakt und irgendwo hergeholt, sondern es ist eine Sache, was ich seit 20 Jahren mache in den Sitzungen. Wir suchen aktiv nach diesen Bereichen, nach den Momenten, wo du dich von dir getrennt hast. Und einen Teil von dir einfach als stärker als den anderen Teil definiert hast, der aber nicht du ist. Wenn wir diese Momente finden, die sind unbewusst, deswegen weißt du auch nicht, wo dieser Schweinehund jetzt auf einmal hergekommen ist. Das heißt, dieses Geschehen, es ist unbewusst. Und deswegen brauchst du einfach jemanden, der mit dir einfach da durchgeht und diesen Moment findet, wo dieser Schweinehund überhaupt in die Existenz gekommen ist. Diesen Moment müssen wir finden. Dieser Moment ist Spaltung. Denn da, kurz davor, warst du vereint. Wenn du diesen Moment wieder findest, kurz davor, und den rehabilitierst, dann brauchst du nicht jeden einzelnen verdammten Tag mit dem inneren Schweinehund zu diskutieren, mit ihm zu kämpfen, und dich von ihm besiegen zu lassen. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob du mich kontaktieren sollst oder nicht, du kannst deinen inneren Schweinehund fragen. Oder alle Kräfte, die du noch irgendwie zusammensammeln kannst, einfach sammeln. Und wir werden dem inneren Schweinehund das Laufen beibringen, sodass du sagen kannst, sitz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.